Musik 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 Ja, gut auf die Beine gekriegt, äh... Wir haben eine kurze Woche, wir müssen uns schnell von diesem Spiel regenerieren, wir müssen auch natürlich das Training genau beobachten, wer ist mental, in welcher Verfassung und wir wollen natürlich hier vorheimischen Publikum, Freitagabend, gute Kulisse, gute Atmosphäre gegen einen sehr aggressiven Gegner aus Rostock voll dagegen halten, das muss besser werden als in Darmstadt, um die Punkte hier zu behalten. Musik Ja, liebe Fans, ich kann nur an euch appellieren, wer wisst, wie wichtig mir und dem ganzen Team der zwölfte Mann ist, wir brauchen gerade bei Freitagabendspielen diese Kulisse, äh, den zwölften Mann auf unserer Seite und das seid nun mal ihr und wir hoffen, dass wir dann den Funken vom Rasen auf euch überfunken lassen. Musik 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 Beute, 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 Beute.